Herzlich Willkommen! Wird sich die geliebte Person bei euch melden? Heute komme ich mit dem Deck Lenormand im alten Stil zurück. Ich werde eine Karte ziehen. Hier sind die Vögel, was bedeutet, dass eine Nachricht zu euch kommt oder jemand Kontakt mit euch aufnehmen möchte und Kommunikation, Gespräche oder möglicherweise Klärung von etwas wünscht. Achtet darauf, denn die Atmosphäre dieses Gesprächs kann nervös sein. Bleibt ruhig! Lasst euch nicht von Emotionen oder Nervosität mitreißen, vermeidet Diskussionen, die zu Streitigkeiten führen. Ja, die geliebte Person wird sich bei euch melden.